Beim DFB läuft zur Zeit schief. Die Regionalliga ist das Nadelörz- und Profifußball. Rund 90 Teams kämpfen um den Aufstieg, am Ende schafft's nur einen Bruchteil. Der ist vor Rüddinghausen. Dieser Klub dominiert aktuell die Regionalliga West, meine Spitzenreiter. Tja, und trotzdem ist der Aufstieg kein Thema. Das ist ein Fehler im System. Der DFB legt den Amateur-Klubs Steine in den Weg. Was los ist, klären wir jetzt. Eins vorneweg, für dieses Video bin ich 19 Stunden unterwegs gewesen. Mit dem Auto von München, also richtig aus dem Süden, hoch nach Rüddinghausen und sofort wieder zurück. Falls ihr sagt, ey, das ist ja geil, lasst gern ein Abo da, da unten draufdrücken. Hier auf dem Kanal gibt's nicht nur Top-Themen, über die ich rede, sondern auch die Amateure. Die sind wichtig und die haben hier einen festen Platz. So, starten wir mal mit einem kurzen Rückblick. Seit 1970 gibt's den SV Rüddinghausen. Damals fusionierten zwei Dorf-Clubs, man war so ein typischer Amateur-Verein, ohne Erfolg zu haben. Vor 10 Jahren spielte das Team noch in der Kreisliga A. Krass, oder? Mit Geschäftsführer Alexander Müller habe ich über die Zeit geredet. Und die Zustände, puh, die waren schon kurios. Es war wirklich Hobby-Fußball, ein kleiner Club mit ein paar Mannschaften. Da gab's eigentlich gar keine professionellen Strukturen. Da war wirklich Küchentisch-Mentalität, da wurde alles Vereinsarbeit wirklich noch klassisch gemacht, was einfach auch seinen Charme hat. Und da war an sowas wie hier, wenn man jetzt hier schaut, auch in Rödinghausen, an so ein Stadion, an so eine Infrastruktur natürlich überhaupt nicht zu denken. Seitdem hat sich viel geändert und das ist kein Zufall. Ein Mann ist dafür verantwortlich, Horst Finkemeyer. Er kommt aus der Region, ist in Rödinghausen fest verwurzelt und dort sogar Ehrenbürger. Sein Enkel Jan hat mal beim SV in der Jugend gespielt und zu dem Zeitpunkt gab es für das Team nicht mal einheitliche Trikots, eben weil Geld an allen Ecken und Enden fehlte, so wie's bei vielen Amateuren ganz normal ist. Finkemeyer dachte sich, okay, ich muss helfen. Und das tut er bis heute. Interessant ist, das Wort Mäzen wird dort ungern verwendet. Man sagt lieber Haupt- bzw. Groß-Sponsor. Das Geld kommt nicht direkt von ihm, sondern vom Unternehmen Hacker Küchen, ist ja auch der Hauptsponsor. Das ist der drittgrößte Küchenbauer in Deutschland. Besitzer dieser Firma ist die Familie Finkemeyer und der Konzern sitzt auch in Rödinghausen. Sofort ging's für den Verein rasant nach oben. Fünf Aufstiege in Folge, der SV konnte Top-Spieler zu sich locken. Jungs, die eigentlich gut genug für höhere Ligen wären. Der Trick? Ein 2-in-1-Deal. A sie dürfen beim SV Rödinghausen Fußball spielen und B sie bekommen bei Hacker Küchen nen Arbeitsplatz. Sogar heute arbeiten noch Ex-Spieler dort im Unternehmen. Logisch. Das gab Kritik. Insbesondere in den unteren Ligen. Die Konkurrenten sagten, da steht doch eine Millionärstruppe auf dem Platz. Hm. Das Ziel dieses Projekts war aber direkt zu Beginn und das ist auch heute noch ein ganz anderes. Also grundsätzlich ging's darum, eine Infrastruktur zu schaffen von Herrn Finkemeyer damals. Zu sagen, wir wollen die Nachwuchsarbeit fördern in und um Rödinghausen. Wir wollen den Jugendlichen da was bieten, was es vielleicht sonst nicht gibt. Und die Zielsaison war nie Profifußball, sondern eher höherer Amateurbereich. Dass es jetzt in die Spitze der Regionalliga ging und geht, war so vor einigen Jahren auch nicht vorhersehbar. Also, die Jugendausbilden. Der Grund für diesen Weg ist relativ simpel. Sport kann in der Erziehung ne wichtige Stütze sein. Disziplin, Ordnung und Sauberkeit spielen da ne ganz entscheidende Rolle. Das hat Finkemeyer mal in dem Interview gesagt. Aber auch hier gab's Kritik von allen Seiten, insbesondere am Anfang. Die Konkurrenten befürchteten nämlich, ey, der SV nimmt uns die besten Talente weg. Und ja, das stimmte natürlich. Viele junge Spieler gingen in die Akademie, weil sie sich dachten, hey, da ist wahrscheinlich die Ausbildung am besten. Mittlerweile ist die Kritik, zumindest größtenteils verstummt, die Ausbildung beim SV ist offensichtlich wirklich gut. Aber, ihr wisst, nicht jedes Talent schafft den Durchbruch und so bildet der SV auch für die Klubs im Umland gute Bezirks- bzw. Landesliga-Kicker aus. Man profitiert also voneinander. Erfolge hat die Jugend des SV Rödinghausen auch schon gefeiert. Die A-Junioren spielten letzte Saison zum ersten Mal in der Bundesliga West. Ne sehr wichtige Erfahrung für jeden dort. Die U23 ist dazu in der Westfalenliga, also in der 6. Liga. Das Ziel ist, so viele Talente wie möglich sollen in die erste Mannschaft integriert werden. Und das klappt. Ein Beispiel. Fabian Kunze. In der U19 kam er nach Rödinghausen, dort gab's das Feintuning und jetzt… tja, spielt er bei Arminia Bielefeld in der 2. Bundesliga. Oder ihr kennt ihn alle? Marius Bülter. Aktuell liefert er bei Union Berlin brutale Leistungen ab, sieben Saisontore sind schon auf seinem Konto. Und ja, er kommt jetzt nicht so ganz aus der Jugend des SV Rödinghausen, aber als junger Kerl kam er ins Dorf und dort kickte er dann fünf Jahre lang. Also Marius hatte immer was. Man sieht's ja jetzt auch, das kommt ja nicht über Nacht und auch nicht über ein halbes Jahr. Also er hatte immer was. Er hat sehr, sehr an sich gearbeitet, auch athletisch, was man jetzt einfach auch sieht, was eine absolute Waffe ist für ihn und für Union. Das muss man schon so sagen. Er hat sich unglaublich gemacht durch harte Arbeit, durch fleißiges Trainieren, was wir den Jungs auch immer wieder vorleben. Und bei ihm hat's glaube ich zur richtigen Zeit Klick gemacht, dass da einfach auch noch mehr geht als vielleicht in Anführungsstrichen nur Regionalliga und ich find's einfach überragend, wenn man ihn da jetzt in der Bundesliga spielen sieht. Kommen wir jetzt mal zum Sportlichen. Ich finde, der Fußball des SV Rödinghausen ist definitiv attraktiv. Man hat die beste Offensive der Liga. Im Schnitt schießt das Team zweieinhalb Tore pro Spiel. Der SV will aggressiv sein, sofort den Ball haben und das Ziel ist, den Fans ein Spektakel zu bieten. In der Regionalliga klappt das 1a. Seit November ist das Team ungeschlagen. 11 Sieger, 2 Unentschieden. Und das ist nix Neues. Beeindruckend ist ja. Egal wie groß der Gegner ist, man versteckt sich nicht. Im DFB-Pokal gab's das größte Spiel in der Vereinsgeschichte. Das war im Oktober 2018. Zweite Runde. Flutlicht. Live im FreeTV. Und der Gegner? Der FC Bayern München. Für den Klub natürlich ein legendärer Abend. Wenn dann die Jungs von Bayern durch den Spielertunnel laufen und neben unseren Jungs da stehen, dann denkt man schon, bitte kneif ich mal. Wenn wir uns dann noch so verkaufen, ist es unfassbar. Ein brutal enges Spiel, vor allem in der zweiten Halbzeit. Der kleine Dorfklub hatte nämlich das Ziel, unbedingt ein Tor zu schießen. Genau das klappte. 1 zu 2 verlor der SV Rödinghausen gegen den großen FC Bayern. Eine Sache fiel da auf. Man spielte an der Bremer Brücke in Osnabrück. Sprich, nicht im eigenen Stadion. Tja, für so ein Spiel ist es zu klein. Früher war das Hecker-Wien-Stadion einfach nur ein normaler Sportplatz. Ist ja auch logisch. Immerhin hat man nur in der Kreisliga A gekickt. 2009 änderte sich das. Für ca. 1,5 bis 2 Millionen Euro baute der Konzern Heckerküchen ein neues Stadion. Es gibt eine Haupttribüne und auf der Gegend gerade noch ein paar Stehplätze für Auswärtsfans. Das war's. Für den SV Rödinghausen reicht es vollkommen aus. Bei nem Ligaspiel sind im Schnitt 1.100 Fans. Logisch, das ist ne kleine Gemeinde, da gibt's wenige, aber dafür sehr treue Fans. Tja, neben DFB ist das egal. Wer in den Profifußball will, also in die 3. Liga zum Beispiel, muss Auflagen erfüllen. Und die sind für den SV nur sehr schwer zu stemmen. Wir haben ein tolles Stadion, ein hochmodernes Fußballstadion, was allerdings deutlich zu klein ist und am Standort hier, wenn man sich hier umschaut, ist das nicht möglich, das Stadion auf 10.001 Zuschauer zu erweitern. Dementsprechend wäre langfristig nur ein Neubau in Frage gekommen, was aktuell einfach nicht darstellbar ist für uns, für die Nachhaltigkeit, für die Zukunft des Vereins unvernünftig wäre in unseren Augen. Deshalb haben wir schweren Herzens, muss ich auch persönlich sagen, diese Entscheidung dann treffen müssen. So, das ist der Punkt. Deshalb kann man nicht aufsteigen. Jeder Drittligist braucht ein Stadion, in dem 10.001 Plätze sind. Das ist völlig skurril, dann schauen wir mal ins europäische Ausland. In der Liga spielt der SDA bei einem Stadion, in das 8.000 Fans passen. In der Premier League ist der AFC Bournemouth und dort passen ins Stadion maximal gut 11.000 Zuschauer. Das heißt, ein Klub in der deutschen Dritten Liga braucht ungefähr so viel Platz im Stadion, wie ein Erstligist in Spanien oder England? Das ist doch völlig absurd. Und da ist mal die Frage an euch. Was wollt ihr im Fernsehen lieber sehen? A Leere Sitzschalen oder B Ne kleine, aber volle Tribüne? Stimmt gerne mal ab, oben im I ist ne Umfrage. Aber eigentlich sollte das Ergebnis doch schon klar sein, oder? Dazu gibt's bei der Lizenz für die 3. Liga noch weitere Probleme. Es braucht größere Parkflächen, neue Sanitäranlagen und Sicherheitswege. Insbesondere für die Anreise der Gäste. Klar, Sicherheit ist wichtig. Da sollte man auch überhaupt keine Kompromisse machen. Solange die gewährleistet wird, sollte es doch egal sein, wie groß ein Stadion ist. Insbesondere in der 3. Liga. Das ist es, meiner Meinung nach. Wenn ihr ne andere habt, postet die gerne unten in den Kommentaren. Eine Alternative für den SV Rödinghausen wäre umziehen. Sprich in ein anderes Stadion, nach Osnabrück oder Bielefeld. Das will man beim SV aber nicht. Der Grund, Heimat ist wichtig und der Slogan des Vereins ist, wir sind Rödinghausen. Bei nem Umzug könnte man den direkt in den Müll werfen. Das kann ich voll und ganz nachvollziehen. Da bleibt für nen kleinen Klub halt keine andere Wahl, als zu sagen, okay, 3. Liga ohne uns. Für die Spieler des SV Rödinghausen ist das natürlich ne ganz bittere Pille. Ihre harte Arbeit wird nicht belohnt. Am Ende stehen sie, zumindest sportlich, mit leeren Händen da. Finanziell gibt's zwar ne Meisterprämie, aber hey, Emotionen in einer Aufstiegsfeier sind halt unbezahlbar. Jetzt ist die Frage, zerbricht diese Mannschaft? Verlassen ganz viele Spieler den Klub und suchen woanders ihr Glück? Stand jetzt? Eher nicht. Der SV Rödinghausen arbeitet bereits unter Profibedingungen. Das heißt, die Spieler sind Vollzeit-Fußballer, sie verdienen genug Geld, um davon zu leben. Das ist Luxus, denn in der Regionalliga ist das bei weitem nicht alltäglich. Ich kenn genug Jungs, die nebenbei arbeiten müssen. Beim SV bleibt der Etat gleich hoch, finanziell wird sich da auch in der neuen Saison nix ändern. Hier helfen über 150 Sponsoren und Hacker-Küchen. Das heißt, für nen Regionalliga-Kicker ist Rödinghausen weiterhin ne gute Adresse. Erfolg macht sexy. Die Spieler stehen zur Zeit im Schaufenster. Einige sind für größere Klubs interessant. Alexander Müller hat bereits angekündigt, okay, wenn jemand höher spielen will, also z.B. in der 3. Liga, setzt man sich an einen Tisch und redet. Der SV Rödinghausen ist und bleibt ein Ausbildungsklub, ein Sprungbrett in den Profi-Fußball. Und das ist jedem klar. Tja, realistisch ist ein Aufstieg des Vereins in den nächsten Jahren nicht. So deutlich muss man das jetzt auch mal sagen. Und trotzdem, die Hoffnung hat Alexander Müller noch bei weitem nicht aufgegeben. Mein Traum wäre mindestens in der 3. Liga, mit nem nagelneuen tollen Fußballstadion und ner unfassbar tollen Mannschaft. Aber auch da, ich hoffe, dass wir dann auch weiterhin so gesund dastehen wie heute. Dass wir weiterhin so einen guten Ruf, so ein gutes Image haben, was wir aktuell haben. Das ist mir sehr, sehr wichtig. Dass wir da auch wirklich nachhaltig ne gute Arbeit machen, den Nachwuchsbereich noch verbessern und nach wie vor ne richtig, richtig gute und heiße erste Mannschaft haben. Tja, Träumen sollte doch nur erlaubt sein. Um irgendwann aufsteigen zu dürfen, braucht der Verein definitiv die Hilfe des DFB. Die Regularien sind viel zu streng. Nur einmal in der Klubgeschichte gab's in dem Pflichtspiel ein ausverkauftes Haus. Das war im DFB-Pokal gegen den SC Paderborn. Etwa 2000 Fans waren da vor Ort. Sonst sind es immer weniger. Ne fette Arena, da jetzt hinzubauen, macht also keinen Sinn. Mein Vorschlag ist, der DFB sollte in Zukunft die Regeln lockern. Und vor allem jeden Fall einzeln bewerten. Das wäre fair. Das Wenn-Potential in ner Großstadt wie hier in München ist viel größer als in nem Dorf. So etwas muss der DFB berücksichtigen. Tut er halt aktuell nicht. Das ist verdammt schade. Hier ist jetzt noch ein weiteres Fußball-Video aus dem Funk-Netzwerk verlinkt. Schaut euch das gerne mal an. Da geht's darum, was passiert, wenn der Traum vom Profi-Fußballer ausgeträumt ist. Die Kollegen von Follow Me Reports haben das gedreht. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin wünsch ich Gut Kick, haut rein und ciao! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen!